Ach, da ist noch einer. Siehst du? So, und wir müssen aber jetzt... Jetzt schwingen wir natürlich total beschissen. So, wir müssen da. Jawohl, jetzt passt es. Jetzt passt es. Oh, okay. Das sieht einfach aus, oder? So, zack, zack, zack. Komm her, komm her. Nummer eins. Und jetzt die andere Seite. Nummer zwei. Ah, komm, Jucki. Jo, jetzt haben wir die zweite. Kurz einen Schluck trinken. Jawohl, und nehmen. So, und wieder runter. Schauen wir mal, ob das jetzt so passt. So. Fertig. Was? Aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Was? So, mal gucken. Nun aber bleiben. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Drei. Nun aber bleiben. Also, ich würde Gott sagen, dass... Drei. Aber... Ah, nun aber bleiben. Aber die Liebe... So, hat er? Nein. Dann machen wir es mal an. Nun aber glauben. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. E-Aktivieren. Jawohl. Uh. Wieder ein Schloss. Jetzt muss ich wieder da oben ehen. Finde den Ausgang. So. Gespeichert wurde auch gerade. Haben wir ja gerade gesehen. Oh, ich glaube, ich glaube, es geht zu dem auch. Ah. Ja, und wir wissen alle, wenn Frauen Hunger haben, werden sie unerträglich. Aber Männer auch. So, komm, komm. Ja, wir haben es ja schon. So. Gucken wir mal, wo geht es denn hier jetzt lang? Ach, wie, da schwingen ja die schwingen. Oh, nicht runter springen, nein, 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 nein. Nein, spring doch nicht so weit. Was soll denn das? So, war hier, da oben? Ne, ist kein Loch, ich dachte. Oh ja, Rätsel, Rätsel. Wie immer, Rätsel, oh Gott, nein, nein, Zahl wählen, aktiviere, Zahl ändern, aktivieren oder deaktivieren. Alter, bin ich in The Guess hier oder was? Ich muss mal ganz kurz gucken, haben wir hier irgendwas draufstehen? Irgendwelche Hilfenzeichen? Scheiße, nein, scheiße, nein. Ja, dann gucken wir mal, was haben wir denn da für alles? Ahne, damit habe ich es nicht gehabt. Damit, um Drehen war mit AD. Nee, das ist AD ist Ziel wählen, aktivieren. Zahl ändern, W und S. und damit kann ich es oh gott, römische zahlen, ne? so, was haben wir denn hier? x war 10, ne? genau, jetzt ist das da oben offen ähm und wenn wir da jetzt noch 5, 4 ok und hier 4 ne, das ist 4 ne, das wird zu das ist offen alter Falter ja, so das ist auch offen da muss eine 1 sind ja gehst du jetzt auf oder? was ein Tor ja, gucken wir mal haben wir jetzt wieder ein Kapitel geschafft? sieht so aus, ne? schicksalsvertrauen ähm, mit weifen hier so oh ne, oh ne muss ich jetzt hier krabbeln? ach guck mal, Fackel meine Fackel lass uns das Spinnennetz abfackeln na? wir wissen ja alle Spinnennetze qualmen so extrem, wie wir das gerade gesehen haben so da ist Regen äh, da ist Wasserfall 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 da kann ich hier noch irgendwas machen und hier ist die Tür hier fehlt etwas wie du das Tor öffnen kannst wie du das Tor öffnen kannst ist hier irgendwo kann ich hier durch? mal gucken jo, ich kann hier durch das ist wieder ein Templerzeichen das ist wieder ein Templerzeichen interessant, interessant so komm ja, musst du erst ein Riffstück rüber was haben wir hier? hier ist wieder eine so komm her ich hole dich lass dich angeln na, reicht schon so noch mal gucken ich muss doch bestimmt von hier aus irgendwie aber hier gibt es glaube ich ah ne, da kann ich hochklemmen guck mal guck dir an mal einmal auch sehr schön gemacht eigentlich ne echt so komm ich hier irgendwo hin das ist ja alles kann dich ablenken alles kann dich ablenken und vertrauen auf das Schicksal stehe über die materielle Welt hinaus alles kann dich ablenken und vertraue auf dein Schicksal ja dann mach es doch so ne ne ja dann mach es doch so ne wie ne sieh über die materielle Welt hinaus und vertraue auf das Schicksal und alles kann dich ablenken so das ist in der Mitte ist richtig so ach warte warte alles kann dich so ne hm alles kann dich ablenken steh und dann machen wir aha sesam öffne dich und wo ist die Tür jetzt aufgegangen? da unten juhuuu kann ich jetzt hier wieder raus? ja ne oder konnte ich mich da oben langhangeln? ne das ging ja nicht das ginge ja nicht glaube ich auf jeden Fall na aber ich muss auf die andere Seite einmal und jetzt gehen wir auf die andere Seite einmal hier lang ah genau die hier habe ich aufgemacht eben gucke mal jawoll und wieder raus das sieht eher aus wie ein Dosenöffner muss ich ja echt mal so sagen da da müssen wir hin jawoll supi was bist du eigentlich? das Vieh schwirrt hier rum so wie sie sehen sehen sie nichts da drüben ah ja jetzt sehe ich sie so na laufen wir mal weiter na gut jetzt machen wir das nächste gucken wir mal finde den Ausgang ok ok nächsten Speicherpunkt erreicht und nächstes Türschloss jihaa die Freude kommt auf und wieder das gleiche so sind alle offen bis auf der in der Mitte äh 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 müssen wir mal gucken das ist eine 6 7 8 und das ist eine 4 und 12 sind 15 müssen wir mal gucken in welchen wir da ah guck mal der ist offen so dann sind das das sind 6 so 10 der ist offen das passt das passt auch man muss mit dem mal gucken dann jetzt finden wir noch hier so jawohl Einfach mal durchtesten. Interessanter Türmechanismus.